So, schauen wir mal, was wir dafür shoppen können. Eta ist auf jeden Fall angesagt. Na? Und ne Phönixfeder wär auch gar nicht so verkehrt, ne? Also 60 Potions, okay, damit arbeiten wir jetzt einfach mal. Zwei Eta. Ja, Anti-Dot. Auf jeden Fall sechs. Und Schlaf-Sag. Na gut, da haben wir noch was. Das passt eigentlich. Jetzt übernachten wir nochmal, dann ziehen wir los, sonst... Jetzt ist es zu langwierig. Außerdem denke ich, das sollte... Äh, naja, einfach schlafen ist natürlich nett. Okay, jetzt bist du wach, weißt du? Jetzt ist es schon fast zu spät. Schade eigentlich. So, ab in die Höhle. Na. Na. Ah. Ja, komm, das machen wir so locker. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Gib ihm. Können echt mal aufhören, sich so sehr zu wehren, die geht, ne? Häng. Oh, schade. Ich hab mir gedacht, das reicht. So, ein bisschen mehr Nahkampf machen. Ah, Anti-Dots. In die Berge hängen geblieben, okay. Ah, Spiders. Nicht vergiften lassen. Wow. Okay. Okay, Glück gehabt. So, ab in die Höhle. Wo ist die Höhle? Da ist die Höhle. Natürlich Pendle vorher noch eine Runde. Im Sack. Und dann win. Hallo, Sumpfkrott E. Oh, Zombies. Und Ghouls. Okay. Au. Schlagen wir halt komplett auf die Fresse, ja? So, erstmal da lang. Ja, die mahnen nichts außer I.I., ne? Ja, war klar. Perfekt. Blubb-Di-Doo. Ein Hinterhalt. Oh, no. Was? Nicht schitt ihn? Äh, da lang? Okay, jetzt gucken wir erstmal zu weit. Anke ist Vorteil. Gut. Das ist natürlich schon mal... Gut. So, erstmal den Map-Check machen. Das war nicht die Map. Da ist die Map. Also, hier ist überall was drin. Okay. Also müssen wir überall rein. Dolch erhalten. Natürlich fragwürdig, ob der uns noch was bringt. Yeah, so muss das. Wir dürfen gar nicht erst dagegen ankommen. Keine Chance lassen zum Archive. Anke ist Vorteil. Nice. Hang. Sauber. So muss es. 1000 Geal erhalten. Geal-o-lol. Junge. I see. Potion erhalten. Gil erhalten. Slap. Die halten natürlich aus. Aber geht auch. Okay. So, dann gehen wir die Treppe wieder hoch. Maybe. So muss das. Die haben überhaupt keine Chance. Alles klar. Und den anderen Weg runter. Ja, oder? Hey, hey, hey. Solange wir den Vorteil hier reißen, ist ja alles gut. Wey. Aha. Schleim-Bobbys. So, da oben ist schon mal nix. Das heißt, wir gehen einfach ganz da runter. Ja. Ah, voll der Umweg. I failed. Egal, ist ja nur Spy-Door. Spy-Door. Und runter. Zack. Da wir jetzt gerade da drin sind, schauen wir mal. Da ist nichts. Hier ist überall was drin. Okay. Heißt, wir gehen jetzt erst mal da rüber. Oben rum. Okay. Ah, vergiftet? Ja, natürlich. Das Glück haben wir Andy-Door mitgenommen. Okay. 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 Ja, super. Im Angriffsvorteil. Perfekt. Swing. Die Grünschleim. Was, Bob. Tschüss. Nein. Okay. Wie er einfach immer noch lebt. So viel HP kann der doch gar nicht haben. Ja. No. Oh, schnell halten. So. Dann einfach da rüber. Das heißt, jetzt nochmal hoch. Ah, ja. Okay. Slang. Sehr geil. Und ich glaube, ich hätte da unten auch durchgepasst. Egal. Das testen wir jetzt nicht weiter aus. Nein, nicht vergiften lassen. Los, weg mit dem Dreck. Swing. Endlich. Reitschwert erhalten. Das klingt doch schon mal gut. Ausrüstung. Oder auch nicht. Well, well, well. So. Nächste Truhe. Bitte. Wow. Der haut ja mal fest. Okay. Der auch. Potion erhalten. Potion erhalten. Das ist gut. So. Ja, ich hätte da drüben durchgepasst. Egal. Oh oh. Ich erinnere mich dran, dass die uns beinahe schon mal den Arsch aufgerissen haben. Aber die Zeiten sind vorbei. Gut. So. Hier geht es weiter runter. Mioink. Ja. Na, wenigstens haben wir da Angriffsvorteile. Das ist gut. Au. Töne Angst, dass die einen vergiften. Echt? Ja, sehr geil. Königsfeder erhalten. Das trifft sich gut. Gut, also in der Reihe ist nur noch ganz hinten was. Also gehen wir jetzt auch erstmal da ganz hinter. Ja, die können einen nämlich vergiften. Ich wusste es. Also vergiften sie natürlich alle. Swing. Ich brauche mehr Anti-Dots. Das ist es. Okay. Genau. Der hintere Raum. Und Anti-Dots. Uh. Ich hätte viel mehr Anti-Dots mitnehmen müssen, wenn ich mir das so angucke. Ah. 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 Ungeil. Ungeil af. Okay. Wait a minute. Dagegen müssen wir was tun. Heilung. Ja. Magie. Ich sag mal Feuer. Nimm das, Bisch. Okay. Oder auch nicht. Alles klar. Die Phönixfeder ist damit schon mal weg. Die Phönixfeder ist damit schon mal weg. Damn. Anti-Dots. Und Potions. Okay. So weit. So gut. Gucken wir mal. Hoffen wir es dann noch eine Phönixfeder drin. Nein. Aber Gil. Gil ist auch in Ordnung. So. Das wäre dann nur die hinteren beiden. Okay. Ah. Jetzt habe ich die Heilung noch drin. Oh. Come on. Das ist jetzt in erster Linie mal nicht verkehrt. Peng. Boah. Hoffentlich komme ich mit dem Anti-Dot klar. Puh. Schwierig. Okay. Bye. Acht Anti-Dots nur noch. Schlecht. Komm. Gegenangriff. So muss das. Hütte erhalten. Potion erhalten. Genau. Dann da. Und dann. Wir werden sehen. Oh Gott. Gargoyles. Gargoyles. Okay. Klar mit Gargoyles. Okay. Wird schlimmer sein können. Die können einen versteinern, wenn ich nicht ganz daneben liege. Anze am Reife halten. Der muss besser sein. Nö. Die haben die sogar alle. Na ne. Doch nicht. Gut. Nein. Bye. 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 Und jetzt er wieder. Zack. Bam. Wer fehlt. Eigentlich muss man die mit Magie bekämpfen, aber so geht's auch. Ja. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Also hier in dem Raum ist nix. Der nächste Raum wäre dann der quer. Quasi. Der da. Okay. Tschüss. War ja klar. Okay. Eine Falle. It's a trap. Oh hey. Was ist das für Bobbys? Peace girl Demons. Die gar nicht reinhauen. Das tut verdammt weh. Was ist das für werben? Die gar nicht reinhauen.